Am Set von Alles was zählt taucht plötzlich erneut Let's Dance Star Zold Sandor Checke auf. Nun ist klar, es gibt tatsächlich ein Wiedersehen. So bitter der Abschied von Laura Egger und Alexandra Fonzetti vor einigen Monaten auch war. Alles was zählt Fans können auch immer wieder auf eine Rückkehr des Paares hoffen. Denn statt eines dramatischen Serientodes gab es einen glücklichen Abschied nach München. Alles was zählt, zollt Sandor Checke wieder dabei. Und die Vergangenheit hat gezeigt, nicht selten gibt es auch Jahre später noch ein Comeback. Wer hätte zum Beispiel damit gerechnet, dass Daniel Eichinger als Dr. Axel Schwarz nach zehn Jahren noch einmal wieder in Essen auftauchen würde. Und auch Julia Wiedemanns Rückkehr als Lucy Ziegler überraschte Ende vergangenen Jahres so einige. Und ausgerechnet die Schauspielerin lässt nun die Gerüchteküche erneut brodeln. Gibt es das Comeback eines beliebten Gaststars? Vor einigen Wochen war Zollt Sandor Checke als Gastrolle bei AWZ zu sehen. Er spielte sich selbst und brachte Henning und Daniela im Zentrum das Tanzen bei, ein kurzer Auftritt, der scheinbar Eindruck hinterlassen hat. Denn nun hat der Let's Dance Star ein Foto mit AWZ-Schauspielerin Julia Wiedemann in seine Instagram-Story gepostet. Und nicht nur das. Zudem hat den Standort RTL Alles was zählt verlinkt. Ein klarer Hinweis, dass der Fanliebling nun noch einmal im Steinkamp-Zentrum vorbeischauen wird? Diese Let's Dance Stars waren bei Alles was zählt. Die Antwort darauf gibt es jetzt. Zollt Sandor Checke ist tatsächlich wieder in der Serie zu sehen, für einen ganz besonderen Anlass. Nach wochenlangem Hin und Her bekommen Henning und Daniela endlich ihre so sehnlichst gewünschte Traumhochzeit, allerdings deutlich kleiner, mit ihren Freunden und der Familie im Lieblingspunkt. Und auch Zollt lässt es sich als Tanztrainer der beiden nicht nehmen. Bei der Party vorbeizuschauen Was für eine tolle Überraschung! Übrigens, Zollt, der mit Malika Chumef zusammen ist, ist nicht der einzige Let's Dance Star, der bei der Serie als Gast auftreten durfte. Vor einigen Jahren stand Christina Henny als Moderatorin eines Eiskunstlauf-Wettkampfs für AWZ vor der Kamera. Und auch Let's Dance-Kandidatin Sally Özcan ließ es sich in der Silvester-Folge nicht nehmen, vorbeizuschauen. Wer weiß, wer nun als nächstes dran sein wird. Und auch jetzt kommen Sie kurz hier auf deralianganauen. Und dann kommen Sie kurz jetzt auf der hiking moet? Und dann kommen wir zum nächsten Mal. Wir knacken Sie sich auch im Lieblingspunkt. Wir wachten die ladies und meinen Tag vorbeizuschauen.